Servus! Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal der Justin mit dabei. Heute gibt es mal wieder ein paar Getränke, die wir testen wollen. Und zwar haben wir hier einmal total verpeckte Dosen. Crazy Wolf, Blue Candy. Voll interessant, kenne ich noch gar nicht. Und Crazy Wolf Cranberry Chili. Mal gucken, ob es eine gewisse Schärfe hat. Bin ich hier sehr drauf gespannt. Ja, mach du mal auf, du kannst mal entscheiden, was wir zuerst probieren. Blue Candy, oder? Ja, du so auf das andere fokussiert bist, nimm mal das zuerst. Ja, okay, Chili kommt zuerst. Wir müssen das Video halt ein bisschen kürzer fassen, weil ich lad mir das dann immer auf dem Handy drauf, und dann hab ich nicht mehr so viel Sprecher drauf. Nein, hol mal rein. Mal rein die Scheiße. Ja, ob du auch noch was dabei hast. Mal probieren. Ich hab noch nicht mal getrunken. Ich kann nicht trinken. Ohne Witz. Rat mir das mal ein. Das ist doch normal. Ich weiß gar nicht was du hast, Mann. Das schmeckt ein bisschen säuerlich. Ohne Witz. Hol dich mal Crazy Wolf. Ein bisschen schärfer. Ja, 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 im Abgang. Hol dich mal Crazy Wolf. Ähm, Chili. Boah, ist das scharf im Abgang. Und dann atmet man diesen... Außer... Außer... Aus dem Glas. Atmet man diesen... Was auch immer das ist. Ne? Diese Kohlensäure ein. Boah, das ätzt... Das ätzt... Das ätzt... Das ätzt hier... Weiß ich nicht. Alles weg. Oh, das schmeckt gut, ne? Ich find das gut. Ah, sicher. Da sieht für mich das noch geil aus. Schön blau. Boah, riech mal. Ah, viel Kaugummi. Sicher? Erinnert mich so ein bisschen an Haribo eben. Aber Kaugummi schmack so ein bisschen... Ja. Wie nennt sich das nochmal? Bubblegum? Ja doch, so ähnlich Bubblegum. Mäßig. Ja. Beide sehr gut. Ich mein, was vom Ausgeben mit 22 Cent... Joa. Empfehlung.